Musik Und damit ein recht herzliches Willkommen liebe Gaming-Freunde zu Neck 2 Schön, dass ihr eingeschaltet habt Schön, dass ihr dabei seid bei Trend 17 TV Euer Transact für euch am Mic Wir wollen heute mal eine Runde Neck 2 zocken hier Die Demo kann man kostenlos im Store runterladen Und deshalb wollen wir das heute mal ausprobieren Und uns das Spiel mal anschauen Ich habe das Spiel damals bei der Neuerscheinung der PS4 Ist das ja der Headliner gewesen der PS4 Habe ich mir damals auch gekauft Und ich fand es eigentlich ganz gut Obwohl viele das hier durchschnittlich befunden haben Aber ich war eigentlich ein recht großer Freund von Neck Fand das eigentlich ganz cool Ja, schauen wir uns mal an Was der Neck hier uns zu bieten hat Wir nehmen mal die leichteste Spielweise hier Einzelspieler So, Schlag, Tritt, Sprung Ja, das werden wir gleich schon rausfinden Alles klar, los geht's Dabei wünsche ich euch viel Spaß Und wenn ihr Bock drauf habt Dann lasst doch bitte eine Bewertung da Hier, unser Cluster Widmen wir uns in erster Linie den Kampfkünsten Fangt an So Kapitel 3 bis 1 Spießrutenlauf Oh, ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen einnecken Oh, das ist neu Damit, dass er sich so auf den Boden und dann zerteilen kann Wunderbar Jawoll Mauen wir alle um hier Ja, da können wir wieder unsere Kraft tanken Gut gemacht, Neck Deine Herausforderung geht draußen weiter Ja, wir wollen hier aber Die großen Nippeln natürlich auch noch mit Da können wir nämlich Unsere Sonnenenergie mit auftanken So, haben wir hier noch was Da ist noch einer So Und dann haben wir nachher Special Kräfte So, hier ist auch noch was Da oben füllt sich ganz oben links Füllt sich dieses Fenster Mit der gelben Ja, genau Ey, der Karatika hier Kriegt gleich einen Anlass Oh, das hat er schön gemacht Cool, nicht schlecht Oh, bisschen Frost Ist hier noch, bisschen Schnee Ui Oh, mit Schwert jetzt Das ist ja auch nicht schlecht Ui Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Kann man da durchhauen Ne, wir müssen hier irgendwie vorbei Und hier hoch, ne Doppelsprung Ja, ja, komm her Eigentlich müsste er da Ach, er eins Mal gucken Hä, wieso sind wir denn jetzt so klein Ach, wir müssen hier Ach, hier auf das Ding rauf Okay, das kann ja auch keiner wissen Moment Macht da trotzdem nicht Hm, Moment Ach, als Kleiner soll ich Okay Und dann Und wieder zusammen Okay Da muss ich mich auch wieder klein machen Mit R1 Okay Und wieder groß Okay, alles klar Ah, jetzt bin ich da wieder runtergefallen Gleich nochmal Zum Üben Hallo So Weiter geht's Halleluja Ui Das nennen wir noch alles mit hier Oh wow Oh wow Oh wow 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 okay Hallo, du gehst da nicht rauf So Können wir hier auch noch was mitnehmen da unsere sonderkräfte aufladen haben wir ja mit da oben jawohl oder habe ich doch was übersehen hier war doch eine lampe er kann auch eine sidekick machen hier das ist ja cool moment wo steuerung ist wie immer super war ja beim letzten teil auch schon klasse aber wie gesagt ich habe nec eigentlich ganz Prozent gerne gespielt Willkommen zu unserem wahren stärketest Ui 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 so die nehmen wir auch noch mit hier so die nehmen wir auch noch mit hier oh der hat ne Kugel hier ist und hat sein oh kleine Ratte ich krieg dich trotzdem zack jawoll nice oi Mr. Robot kommt jetzt als nächstes kämpfst du mit meinen Kreationen oi der kann aber viel ab der Typ und du hast echt mal die Welt gerettet du kannst nur drei Schläge und einen Tritt und springen kann er auch hey du kämpfst gut aber zu einem großen Krieger braucht es noch mehr das ist das ist Reliktenergie das ist dieselbe Kraft die dein Körper zusammenhält gut leg los und greif an das ist wofür heftig Der harte Schlag kann sogar Steine zerschmettern. Nutze ihn weise. Der harte Schlag. Der harte Schlag. Ui. Hat der mit dem blöden Ding hier, mit dem... Der nervt ab hier, der Typ. Yes. Yes. Gerne, gerne. Salve, Salve, Salve. So, hier. Na, die kommt jetzt her, wa? Ja, sauber. Das ist doch mal cool. Hä? So. Oh shit. Oh shit. Keiner kommt hier gegen mich an, nice Eieiei, jetzt geht's aber zur Sache, ja Oh Oh Oh, da kommt noch mehr Ja, ja Kann ich das auch noch kaputt machen hier? Nee, doch Hier noch irgendwelche Sachen Alles mitnehmen hier So Zack Hohohoho Heftig Oh Am kurzen fand ich das eigentlich immer mit dem Wachsen In dem Spiel Dass der Nexfisch durchwachsen kann Das ist schon geil Yeah Stärker als Arnold So, du kommst nur Oh Ui Der ist aber gut Voll der Karatevogel hier Zack Einmal reingehämmert in den Fuhl Dann ist er weg vom Fenster Sehr beeindruckend, Knack Jawohl So bin ich Von allen, die sich jemals unseren Kriegern gestellt haben Bist du das Sterbste Jawohl So soll es sein Ich zeige ihm, dass du drauf hast Boah Von allen Seiten hier Hier mit drei Fallen Los Los, los, los Komm, nimm dir die Lampe hier Boah Der ist am gefährlichsten Mach dich bereit für die letzte Herausforderung Boah Drei von denen Ui Yes So Jawohl So, mein Lieben Erhältlich ab 6. September Das war ein kleiner Ausduch in NECK 2 Haut rein Bis zum nächsten Mal Und ciao